Drogen im Kartoffelland hat es sich ein Drache zur Aufgabe gemacht, seine Majestät regelmäßig abzufackeln. Er kommt, ich weiß es, er verfolgt mich. So, kann es nicht weitergehen. Wir müssen Spezialisten ans Werk. Auf ihn mit Gebrühen! Aber leider konnte noch niemand so richtig überzeugen. Na gut, dann werde ich mich jetzt im Fluss ertränken. Aber ja, und wenn er erst mal feststellt, dass der Fluss ausgetrocknet ist. Drache und Co. Heute 16.25 Uhr im Kika.